Jos, komm, du kannst übernehmen. Ja, ich bin noch mal noch relativ weich. Ich versuche auf die erste zu gehen. Die sind noch immer in der weiten, weiten sechste Bomber. Ich drück gerade leicht an. Die muss doch mal von längst kaputt sein, oder? Geh lieber zu den Bombern, lass doch mal dieses... Die hat doch vom Wasser vorgefallen. Nee, die Schere geht doch immer noch. Nee, die sind noch immer hinter den Bombern und versucht einen Pass zu machen. Da gehe ich jetzt noch mal ran auch. Ich hänge jetzt da dran, Jos. Ja, hast du ein paar Treffer, ne? Ach, daneben natürlich auch. Ich hänge immer noch. Ja, ich bin da drunter. Ja, bin raus. Wo bekommst denn du daher, ja? Und vergesetzt, drehen ab. Packst du mir jetzt alle tief von hier? Ja. Scheiße, die Ziege. Mach wieder Höhe. Hast du noch Energie? Ja, ich guck mal. Ich versuche mal ranzukommen. Ja, der fliegt doch nur gerade aus. Ja, ja. Die Spitze fliegt dem Aufwand. Ui, was war auch. Einer geht auf mich? Neos, nicht auf mich gehen. Ja, ja, ja. Ich habe es gerade gesehen. Pilotkill, die eine Spitze tot. Ja, sauber. Wohl du. Rüssel ist mit noch, Dui? Ja klar, jetzt. Aber das ist mir jetzt egal. Du bist ja hinter. Ah, ja, ja, ja. Nee, nicht so richtig. War mir egal, lass ich doch ab. Look, in meiner einen Uhr, als du mich angegangen hattest, bist du nach England zurück, einfach. Ja, die ist jetzt in der sehr niedrigen Zwei- oder Bomber, aber eben verpisst sich selbst nach Minuten zurück. Ja, ich mache schnell wieder hier die Position. Ich bin jetzt über den Bombern. Ja, gut so. 0,01. Ich habe 40 Dicke da drauf geschossen. Ich glaube, BeWolf hat das meiste bekommen. 0,69. Ich habe ein Drittel bekommen und du hast halt den... War direkt dahinter. Du hast halt den... Äh, die Espresso-Maschine getroffen. Nee. Das EU fliegt jetzt von Leut-2K nach Wilmington. Ja, Victor. Ihr seid beide links eher jetzt, oder? Ich bin jetzt in der 6 der Bomber erhöht. BeWolf und Karaya sind links, oder? Mhm. Beziehungsweise in der 6 Karaya, glaube ich. Ich bin dann... Ähm, über uns kommt einer, was ist es? Ja, ich sehe... Kondens. Ah, nee, da auch Kondens, Victor. Das ist hier eine Feind-Maschine. Ja, eine Spiti. Ich habe hier hinter und unter den Bombern. Hinter und unter den Bombern ist eine Spiti, die hier anscheinend in die Bomber reinsteigt. Ich stürze drauf. Oh, ja, ja. Oder derjenige, der gerade durch die Formation durchgegangen ist. Ja, Victor, das ist immer noch die Bescheid. Jetzt dürfte die Befehle... Nein, nein, nein. Das ist die erste, die... Nein, nein, nein. Die erste ist schon runter. Das ist eine andere. Ja, das dürfte... Fehlt ja nicht der rechte Flügelspitze, doch, oder? Ja. Ja, das ist die zweite, mit der wir beschäftigt waren. Richtig. Ja, die hat keine Flügelspitze. Fliegt aber noch immer hier. Ja, aber über uns ist noch die mit Kondenser. Also Vorsicht, der gerade ist natürlich gesehen. Der kuft über uns. Ja, jetzt einmal getroffen. Mein Gott, ey. Sauber, Joss. Und Kondenser ist noch drüber. Ich glaube, der kommt runter, oder? Was macht da? Ja, noch fliegt der Kurve. Hey, noch fliegt der. Soll er ruhig machen. Okay, Wasser geschossen. Das ist bitte hier. Lass ab. Warn dir was für uns. Aber okay, die haben alle die Nachricht gestellt. Jetzt, was macht er jetzt? Jetzt kommt er auf mich runter. Ja, sieht so aus. Ich versuche ihn dann über Rolf wegzuziehen. Ein bisschen von den Bombern ganz leicht. Victor, dann kann ich mich im Zweifel auch hinterher setzen. Ah, Victor, da ist ein 109 in der Rolf. Das bin ich. Ah, er hat schon abgelassen von mir? Ja, er geht wieder hoch. Ja. Er geht wieder hoch. Jetzt zurück zu den Bombern ein bisschen näher. Und? Könnte gegebenenfalls auf mich runterkommen dann. Ja, macht er gerade. Vorsicht. Macht er. Da. Victor, du bist schon wieder frei. Ja, er ist es. Er steigt schon wieder. Ja, ne, er kann auf den Bombern auf einmal ran. Er kommt jetzt wieder runter. Er kommt wieder runter. Er ist unter Kondens. Passt auf. Checkt alle euer Sex. Der ist die ganze Zeit unter Kondens. Ne, ne, ne. Er war gerade wieder auf Kondens. Er stützt auf ihn runter. Aufpassen. Ja. Ich sehe es. In der Lisa, die 109. Ja, 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 das finde ich. Sie ist. Aber noch zwei. Ich gehe mal auch drauf. Kann sein, dass er... Ne, er zieht wieder hoch direkt. Jetzt geht er. Ah, okay. Er hat gerade irgendeine 109 passiert, die unterstürzt. Steigt wieder. Na ja, der ist... Da brauchen wir erstmal nicht... Ich glaube keiner, dass nicht einer von uns so viel Energie hat, oder? Ne, leider nicht. Noch nicht. Ich steige gerade wieder hinter den Bombern. 5 Kilometer hinter den Bombern. Oh, zwei Kondens kommen rein, auf der einen Uhr der Bomber. 3. Ja. Oh ja, da wird es jetzt richtig spannend. Jetzt wird es interessant, ja. 4 Kondens. Plus unserem Einzelnen in Kontakt. Ja, ja. Ne, es sind insgesamt 4. Also ich sehe zumindest 4. Mit dem... Ne, da stimmt. Ne, es sind 5 jetzt. 5, wow. Ja, mit dem, der unten ist 5. 5, wow. Ah, jetzt ist interessant. Na toll. Ja, egal. Bleiben wir rassend bei den Bombern. Müssen wir erstmal runterkommen, das ist TAK. Naja, das wird der Weißbecken übel. Drehen alle rein. Der Erste kommt schon runtergestürzt, wie es aussieht. Ja, und Wilmington ist noch fern. Ja, der Erste stürzt runter. Der Zweite auch dahinter. Zweite Stück und der Dritte auch. Alle auf die Bomber. Und da kommt der Vierte und Fünfte auf mich. Ja, leider muss ich da auch runter. Ja. Ja, er schießt, hört sich. Krieg auch Besuch hier. Ja, ich gehe auf die Spittis, die gerade die Bomber angegangen sind und jetzt hochziehen. Ich hoffe, dass ich frei bin. Eine hohe Spittis, knapp und da kommt der Inns. Die ziehen alle wieder hoch, kann das sein? Ja. Ja, ich komme da auch nicht mit. Einfach zu viel Energie. Versuch bei den Bombern zu bleiben, vielleicht erwischt man noch eine. Bisher zum Glück treffen die relativ wenig aus den Bombern raus. Einer fällt runter. Ja, ich kriege jetzt wieder sechs hier. Oh, warst du das vorhört? Ich bin von sehr hart. Ne, das ist unser Ziel. Die App Freier ist unser. Ja, stimmt. Oh mein Gott. Rind wieder. Ah, natürlich sofort. Was hat Kühler? Ey, das kann nicht wahr sein, ne? Hast du den Aschikarger gemacht, von sehr hart? Ah, Leute. Ne, ich bin gleich über right. Hab auch einer an mir dran. Ja, ich muss abbrechen, ich muss zurück. Ja, ich hab's gesehen. Okay, du bist zumindest frei, Jos. Hm, danke. Aber die Speedy sind jetzt alle halbwegs niedrig. Ja, ich stütze jetzt auf einer, die auf die Bomber gehen möchte. Ja, ich bin da leider erstmal raus. Ey, wenn du grad frei runter stützt, führst einer hinter dir her, oder bist du... Ne, nicht steil, ich bin in einem ganz seichten Stütz und geh jetzt auf die Speedy nach Rolf. Ja, der Motor ist schon aus. Ah, Motor, Wasser und Öl getroffen. Vorsicht, ja genau. Einer stützt noch einem anderen hinterher. Ja, das sehe ich vor mir. Ja. Ja, da ist eine 109, die streikt hoch und hat eine 6. Victor, ich hab noch einen vor mir, damit ich das... Oh, die haben sie mich genau von der Nase weggepumpt. Oh no. Kraft, ja, dann komm ich auch noch für mich. Ich bin leider viel zu weit dahinter und versuch mal die an die... Wenn einer kann, eine Spity hält auf die Bomber zu, aus derselben Höhe, 6 Uhr. Der wäre ein einfaches Ziel, falls einer von euch Energie hat und frei ist. Wer war das, der grad die Hookke vollgeschossen bekommen hat? Ja, ich war das. Ich hab gedacht, du hast dich ausgezuckt mit Wasser. Was, an der H-P... Ah, nein, 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 achso, damals und anderen, okay. Nein, der, der grad über Rolf hochgestiegen ist und den Arsch vollgeschossen bekommen hat. Das weiß ich, nein, nein. Mal B-Wolf, oder? Oh, ich glaub, unsere Schiffe... Das sind unsere Schiffe, ja? Da ist ein Kontakt unten, ja, aber vielleicht haben wir den Blenny wahrscheinlich. Geht doch, weil wir mal im Bahnhof bleiben sollen. Was ist das? Bomber auf jeden Fall. Aber das erste Schiff brennt noch nicht, ist das ein gutes Zeichen? Ne, Flak. Ah, nee, nee, war ja klar. Du, dann tun wir das Notwendige, ne? Und nicht rammeln, nicht vom Garner erwischen lassen, Attacke. Ein paar Treffer. Was? Warum ist der Flak gefördert? Die Bomben haben mich erwischt. Oh gut. So, nach unten in der Rücken, bis gleich. Wasserkühler. War ja klar. Schnell auf die Blenny, da geht's nicht mehr gut. Ah, ich hab jetzt bei Hastings ne Contrain in der Speed gefunden, die versucht mich anzugehen. Die Contrain jetzt wieder. Ich hab's nicht mehr so lange abstimmen können. Oh du. Ein Schiff hat's erwischt. Oh, zwei. Das eine ging anscheinend auch runter. Äh, kann ich die Speed zu irgendwem hier ziehen? Ich hab's ja nur einen langen Sex und die versucht mir halt irgendwie nachzukommen. Ähm, naja, ich bin da gerade bei Letter Key ungefähr. Was denn, wo die anderen herum sind? Oh, Wilmington. Oh. Oh, sehr schön war das. Wollt das er oder wäre das er? Ja. Schön. Wenn er geht. Pick erst durch raus. Äh, ich muss nur kurz mal nachfragen. Ich bin jetzt mit der Orientierung hier noch nicht so ganz firm. Ich bin jetzt recht vor der englischen Küste. Also, markante Zipfel, da ist es filmig ein Stück landeinwärts. Also, ich hoffe, du bist nicht ingespannt, wo du bist. Oder andersherum, was ist denn deine Frage? Ich sehe jetzt aktuell in dem Fall die Küste von England. Und hab jetzt in dem Fall einen sehr schmalen, äh, Streifen vor mir, wo ich in dem Fall die in diese Kreidefelsen sehe. Das ist dann Navadora. Bei Wilmington aber auch, ne? Weil ich das BG-Hatter. Du bist ja relativ hoch, ne? Dann müsste man eigentlich, wenn du mal die Karte aufmachst, diesen markanten Zipfel sehen da so. Diese Spitze. Boah, hier bitte keine Mikrofone vergewaltigen. Bitte. Du hattest die Konzentration. Es nervt gerade. Nein. Ich bin gerade im Luftkampfbien, ey. Möchte hier nicht unbedingt die Schmiedelpapier in der Fresse haben. Bui, bist du gleich nochmal bei den Schiffen? Ich glaube, irgendwas fliegt hier tief darüber. Ich hab's noch nicht identifiziert. Ich treb's mich langsam ran. Ich hab über Wasser. Ich muss neu starten. Ja, ich glaube, es fliegt da am besten nochmal. Vielleicht sind da. Ich glaube, der hält genau auf unsere Schiffe zu. Okay, hat sich erledigt. Ich bin genau bei Wilmington gerade. Ja, wunderbar. Da nur für's Flugfeld finden, gell? Liege ich gerade direkt drauf zu. Das ist gerade das Schöne daran. Bitte. Ich hab für den Entjeb und flieg auf die Schiffe zu. Aber es dauert noch wieder ewig. Also ich hab die Schiffe auch noch nicht in Sicht. Also muss ein gutes Stück weg sein. Ha, Mutter erwischt. Hoi, du. Direkt. Ah, nee, doch, hier ist die Schiffe in Sicht. Warte mal, hält der drauf zu? Im Moment fliegt der noch eher dran vorbei, so ein bisschen. Mhm. Na, mal gucken. Kein 3D-Mode. Doch, jetzt. Warte mal. Äh. Hm. Könnte auch 1,88 sein. Ich würd so sagen, auf die Empfehlung. Äh, Contrailer. Süden, 20 bis 25 Kilometer südlich, äh, Hastings. Zwei Stück. Richtung, äh, Frankreich, oder? Nee, ich weiß nicht, was die machen. Scheinen irgendwie umeinander herumzukurbeln. Die zeigen wahrscheinlich weiss im Himmel. Äh, du, für mich sieht das aus wie eine Spritziehe in der Achter hier. Okay. Ja, ich, wie gesagt, wer gerade noch trocken im Fuß ist, also. Bis dahin hätte die von alle Bomben geworfen und werfen zweimal wieder in England. Äh, nein, der Speed. Was ist jetzt? Wow. Hm? Like, screen guard? Was hast du? Ich sehe gott gar nichts. Okay, mein Bildschirm ist was. Ja. Ich. Hat ein Jagdhubs gelassen. Sehr, alt entfernen. Alter. Hallo. Ja, ja. Hallo. 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 Machst meine Maschine, das wäre gut zu wissen. Wie hoch bist du noch mal? 55 mittlerweile. Gleich nördlich der Schiffe. Boah, die 109 kriegen wir uns echt nicht gepackt, ich geh mal dazu. Wie hoch sind die mittlerweile? Gut, das sehe ich gar nichts mehr. Wir sind noch immer auf Halo 20 oder was. Äh, 20, nein, 25 Kilometer südlich um dem Kippen. Ja, da brauche ich noch ein Stück. Eine 109 ist in der Defensive. Zieht die Speed, die die andere 109 versucht sich dran zu setzen. Und du bist auch auf 55, sobald hat er. Äh, 57, ja. Bist du das auf meiner 2, ich auf deiner 7 etwa? Äh, 8 etwa? cool negativ, also nicht auf der... pff, die Speed hat grad die eine 109 brennend geschossen, jetzt sind... wir nur noch zu zweit, lol super und ihr weiss nicht, warum der Computer nix mehr macht? fragt man nicht? ich glaub ich muss da... mit dem weg geht noch ja, ich weiss Ich merke, ich kann nicht reden, aber sonst gibt es nichts mehr. Okay, doch die Hauptsache, Jack. Genau. Reden muss man können. Man kann auch blind fliegen, bei der Kugel, habe ich gesagt. Wovon die Kugel steckt gerade noch eine Henkel Richtung Wilmiken, schätze ich, ne? Jetzt gerade am Volte ist. Okay, ich glaube, wenn wir den Computer ganz hart resetten, dann restarten. Na, dann bis gleich. Jo, bis gleich. Boah, das ist ein ewig langer Weg darüber, ne? Ja, das ist echt spannend. Mitteltank schon alle. Achso, ich sah schon wieder Geschichte. Ach, Blenny, Entschuldigung, Quatsch. Was ist denn gerade los hier? Also, ich habe auf jeden Fall eine Blenny hier. Und mehrere weitere Kontakte. Und wo ist hier? Kann ich jetzt gerade nichts sagen, ich möchte, ich gehe gerade die Blenny an, die ist noch 15 Kilometer nördlich der Schiffe, geschätzungsweise. Ja, wirkt gleich ziemlich mal aus, die sind einfach zu viel Spittis, mit zu viel Energiert. Von Wilmington Spitze zu den Schiffen mal grob in die Richtung. Wir sind von mit 5 auf Contrail gekommen. Ah, dann noch einmal bis gleich. Oh, da ist ein Bomber, oder? Was ist denn das? War dein Bomber auf Hallo? Mein Bomber ist jetzt am Deckel. Ja, 4550 war der. Der noch am Leben? Ne, ich habe einen aufs... Ne, negativ, fast, sorry. Nimm alles. Ich habe hier eine Speed und Blenny bei unseren Schiffen. Wäre ganz toll, wenn jemand herkommen könnte. Ich habe nämlich praktisch keine Kanonen mehr. Ich habe vier Schuss pro Kanone. Ich kann kommen, aber es wird einen Moment dauern, bis ich da habe. Bei mir dauert es leider auch noch ein gutes Stück. Bei mir auch. Und ich bin total im Arsch. Medo, wo fliegst du so rum? Supply, oder? Ne, Blenny über der Korte, hat mich verflogen. Naja, so geht es mir auch gerade. Sieht alles gleich aus. Wir Verräter. Quatsch nicht. Große, dicke Stadt. Große. Weil das ja irgendwer muss ja auch die Ostfront übernehmen. Mhm. Ja, die Russen halt. Machen sie doch. Keine Frage, wenn wir so vor Berlin stehen, ne? Ja, dann sind unsere Versorgungsfelder am kürzesten. Genau. So, die Schiffe poppen jetzt auf. Auf welcher Höhe hat dein beschäftigt, Karja? Äh, Speed und Blenny am Deck. Also wirklich, hallo, zwei, drei. Victor, direkt bei den Schiffen jetzt? Ähm, zehn Kilometer davon. Ja. Ja. Karja, kannst du den Spit-Frakt fragt, Pirat? Ja, wir können. Da ist noch eine Stadt. Geht bis Gumm, hier kommt mit 600 km a ran, aber trotzdem. Da ist auch noch eine andere. Hier irgendwo in diesem Scheiß-Gebiet. Dann gleich nochmal Bomber los schicken. Okay, ihr habt jetzt Kontakt über den Schiffen. Warte, wir sind zu viele Spiele auf uns also. Runter, kommt mir entgegen. Ah ja, Victor, alles klar. Hab's. Wo ist denn die Blenheim? Wo ist denn die Blenheim? So, westeres Wasser geplummt. Spidi. Äh, Blenheim geht jetzt auf die Schiffe mit Westkurs. Gehen wir mal gegen Wilmingen hin, gucken wir mal, was einem noch so begegnet hier. Jaja, ich steig's dann auch mal über 60. Ah, ich seh Bergflugfeld, okay, ich mal landen hin. Dep flieg, oder? Ich zie jetzt gleich mal an. Ich habe einen Moment die Württeln. Seit Investerem gewinnen, wie ich war keep talked het. Ich hab 열�OC dieses Samtele. Ich hab erst deterioriert. Die Filme kommt wieder. Wetter teig, brauchst mich einfach mal zurück, auf jeden Fall dieses Wasserpedion Problemsuel Neumann, hier kommt wieder auf's.